Ich geh jetzt mal einfach davon aus, dass das gut ist. So, finden wir hier irgendwelche Steinchen oder sowas? Oder sind sie wieder in der ganzen Umgebung verteilt? So, aber das erste, das erste Rätsel haben wir gelöst. Wir sind jetzt der Rätselmeister. Eine Kiste. Abgeschlossen. Ich hab nichts anderes erwartet. Hey, eine Kiste. Oh, die ist offen. Oh Gott, die ist offen. Alter, wir haben Schlüssel für eine Kiste. Alter. Ich hoffe, dass es für eine Kiste ist. Jetzt kriegen wir die auf. Alter, wir kriegen sie wirklich auf. Ui, das ist ja sogar dasselbe Zeichen. Geil. Dildo. Ne, das ist eine Spielzeugrakete. Entschuldigung. Ich hätte ja sein können, dass das Schlafzimmermensch verurteilt mich nicht. Könnte ja auch ein Joy-Toy sein oder so. Gleich diese verurteilenden Blicke. Ich seh sie doch. Okay. Oh, so viele Rätsel. Eine Kiste. Oh geil, mit Schieberegler. Geil. Äh, äh. Was ist das denn hier? Nackte Männer, äh, nackte kleine Kinder. Ah, ja. Okay. Der Typ war auf jeden Fall ein bisschen durch. Das haben wir hinbekommen. Und haben das bekommen. Klasse. Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Okay. Das kriegen... Ey. Alter. Alter, was ist das denn für ein blödes Rätsel schon wieder? Da kriegst du ja einen Vogel bei. Alter, was ist ein Kack-Rätsel. Das kann doch nicht sein. Alter, wer hat sich das Rätsel ausgedacht? Der kommt direkt aus der Hölle. Der, der, der kommt sowas von aus der Hölle, der Typ. Der kommt aus der Hölle. Der gehört auch in die Hölle. Der gehört definitiv in die Hölle. Okay, das sieht schon mal ganz richtig aus, die beiden. What the fuck? Alter, alter, wer, alter, wer saß denn da? Yay. So, das passt jetzt auch schon mal. Jetzt müssen wir den... Ich gehe das jetzt mal ganz systematisch vor. Weil ich so ein Systematik-Professor bin. So, das sieht sehr gut aus. Entschuldigung, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Dabei drehe ich die Platten hier, wie ich fröhlich bin. Ein fröhlicher Plattendreher. Ich darf nicht reden, wenn ich trinke. Na, wenn das mal nicht was ist, wa? Leider glaube ich jetzt, dass sich dieser Abschnitt hier auch dreht. Also der hier mit dem da. Aber es macht ja nichts, wir kriegen das irgendwie hin. Das sieht gut aus. Dreh, einfach alles weiter drehen. Zack. Hm, der muss sich noch einen weiter drehen. Lalalalalalalala, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ne, warte, wir kriegen das gar nicht hin. Ich verkack's hier gerade. So wie ich das sehe. So, jetzt müsste sich das gleich einmal drehen. Lalalalalala. Lalalala. Lalalala. Lala. So. Hey, nur noch das Ding hier oben. Alter, wir sind so gut. Wie gehört denn das? Katsching? Ach ne. Das war nicht wirklich Katsching. Katsching, Alter. Katsching. Katsching? Hallo? Belohnung? Hallo? Nein, das da unten. Warum? Alter, ich war gerade ein bisschen in Panik. Warum? Katsching. 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 Ja, toll. Was soll ich denn damit? Ach man. Naja, wir haben es immerhin gelöst. Oh Gott. Das sind die Bilder des Grauens hier. Ich vermute mal so. Ich vermute mal, das kommt so. Oh nein, Alter. Ich habe jetzt schon gesehen. So, so. Ich kann sie leider nicht in die andere Richtung drehen. Das sieht mir nicht richtig aus. Das sieht alles sehr... Das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Alter, wir beherrschen das, ne? Also, ich muss ja sagen... Ja, weiß ich gar nicht, was ich sagen muss. Das sieht so aus. Diese alte Wampe hier. So. Dann können wir den jetzt so drehen. Alter, ich hoffe, das klappt alles. Das sieht alles fabelhaft aus. Es ist nur ein ziemlich verstörendes Bild. Tralalalalala. Wir drehen hier wunderbar. Hoppsasa. Trala. Ups. Das ist noch gar nicht richtig. So ist es richtig. Ja, natürlich. Zack. Alter. Sind wir gut. Leider kriegen wir nur irgendwelche Öffnungen. Das ist... Schön. Das ist sehr erfreulich. Kiste, die können wir öffnen. Ja. Toll. Das kommt so. Äh. Ne, das sieht ein bisschen crazy aus, wenn wir das da so... Alter, so viele nackte Kinder ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Hey, ein Stern. Der da einen Namen trägt. Was ist denn jetzt schon wieder für ein Kram? Ach, lass mich doch mal in Ruhe. Warte. Warte. Das schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Das sieht ein bisschen so aus wie dieses Schieberegler-Denken, wo wir den Namen da schieben konnten, die Buchstaben. Ich schreibe mir das nur schnell mal auf. Oh, ich kann Punkte malen. Wenn ich sie jetzt verbinde, bin ich ein Profi. Aber das würde mich nur verwirren. Ein Profi zu sein, natürlich. Ein Zettel im Müll. Flütteln. 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 Äh. Flütteln. Stöhnen. I can't sleep. I can't sleep. I can't focus. I can't put Bush to Canvas. Ich freue mich. Die Begeisterung war ein bisschen zu spüren, oder? Auslassen. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann ist das leer. Das ist leer, das ist leer und das ist leer. Ja, so. Kurze Selbstgespräche, wobei alle Let's Plays Selbstgespräche sind. Okay, wir gehen jetzt mal zu diesem Shibi-Bibi. Wo ist denn der Shibi-Bibi? Shibi-Bibi-Shi. Ich habe keine Ahnung, wo der war. Ich vermute mal hier drin. Ach, nee, das sieht nicht danach aus, mein Freund. Das sieht nicht danach aus. Nee, das meine ich nicht. War es doch ein weiter? War es doch hier in dem Raum? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aha. So, dann wollen wir mal sehen. Der Erste bleibt weg. Dann kommt zwei. Dann kommt einer. Weg. Quatschkram. So. Dann kommt einer. Nee, einer, Mann. Kannst nicht zählen. Zwei und zwei. Dario. Da, 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 da. Dario. Da, 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 da. Dario, da. Okay, ich schritt. Dario? Dario, bist du das? Ich schreib mir das mal kurz da drunter. Dario. Alter, ich habe eine Schrift. so und jetzt haben wir 122 ich bin ich bin ich in zielhorst oder was so 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 und so kastor okay sagt mir irgendwas weiß gar nicht was okay wieder zurück in den anderen raum alter zurück habe ich heute zettel und stift parat gelegt sonst hätte ich mir das alles auf meine hand schreiben können das werde ich mein schweiß alles wieder abgewutscht abgeben verdammt falsch gemacht ja verkackt okay machen wir den anderen hier erstmal hey den haben wir richtig gemacht kastor ja was ist das für eine scheiß box hier alter was willst du von mir mit den scheiß boxen hey lass mich in ruhe kacke und das haben wir falsch gemacht hat er sich völlig falsch aufgeschrieben meine güte einmal einmal mit profis arbeiten so 2 leer 1 2 2 2 2 leer so jetzt aber jetzt schaffen wir das habe ich leider falsch aufgeschrieben weil das ist selbst auch noch eine kunst so 2 leer 1 2 kann das sein dass es das ist box erinnert mich auch an irgendwas stand das nicht auf den einen zettel drauf glaubt schon gucken wir jetzt gar nicht erst nach hier vorher drauf kommen können es war so offensichtlich poli wet geschrieben ich hoffe mal so ich habe gar nicht drauf geachtet tut mir leid blöde selbstsicherheit ich bin jetzt nie wieder mehr selbstsicher ich schwöre ich schwöre alter ich natürlich mit u scheiße kann man das hier einfügen warte nee echt nicht ist da danach aus schade ich dachte wir können da wieder reinstecken mann ich muss aufhören die dinge irgendwo reinstecken zu wollen ist furchtbar ja von hier kommen wir schön ich wollte euch nur noch mal den raum zeigen alles wird gut alles wird gut irgendwann haben wir so in der 75 hundertsten folge danke oh gott ich hatte so schiss das ist nicht oh gott was wollt ihr nur von mir das sieht nicht richtig aus ich glaube pferde sehen so nicht aus wobei ich mich natürlich auch täuschen kann ne das sieht aber richtig aus ok irgendwelche komischen römer das sieht nicht richtig aus ich glaube der der das kommt so hin war die beine sehen nicht richtig aus sieht das richtig aus ja vielleicht ist er ein bisschen behindert man weiß es nicht ok jetzt müsste das doch darauf passen oder jetzt haben wir doch alles räusper räusper ach komm lass mir Ruhe ah ich sehe ich sehe was du meinst ne irgendwie nicht irgendwie nicht das kommt da nicht rauf das sieht aber so aus ok was soll man mit dem Schaumstoffdildo da machen das ist doch scheiße so ok wir gucken aber erstmal weiter bevor wir fluchen scheiße man so einmal nochmal für die Kamera scheiße scheiße ach man scheiße oh ein Hebel also eine Aussparung für ein Hebel ist kein Hebel selber bestimmt wieder eine geile Notiz everyone has seen the light now at first I was curious but now mom and Alex are getting nervous Alex is blowing as much anymore he's been having bad dreams and when he is not running off and hiding he spends all of this time he spends all of this time Mutti sagt auch viel faddy naja beim saufen ich bin ich bin so fest der Überzeugung dass das da rauf kommt das das ist unfassbar das kommt doch da rauf oder nicht oder ist das so ein Schatten Ding so eins was sich dann bewegt aber das wäre doch hier richtig oder nicht ah ärgert mich nicht mobbing ok ne die das ist nur die Notiz die ich mir ja aufgemalt habe meiner grenzenlosen malität ich weiß auch nicht hey eine Lampe leuchtet wir sind gut so Badezimmer was kannst du mir sagen nichts was können wir hier mit machen was können wir hier machen wir können es anklicken und ich vermute mal dass sich das auch irgendwie nach oben schiebt aber wie habe ich auch keine Ahnung die Dinger müssen doch irgendwie irgendwie helfen die passen aber auch gar nicht hier von von diesen Dingern her muss ich sie so exakt ausrichten oder was das passt ja auch nicht so ja warte wenn ich das jetzt so mache mit etwas womit keiner gerechnet hat alter wirklich alter willst du mich verarschen ich muss die genau so ausrichten dass es da so passt was äh huch hoppla ja ich habe es gewusst alter aber was sollen wir jetzt mit diesem Scheiß machen oh Gott wer kann denn damit rechnen dass ich das so ausrichten muss also nix mit hier drehen und jubai di und jubai do ne ne anderes tja leider habe ich keine Ahnung wie es jetzt weiter geht das ist eine Tür das ist eine Tür achso das war die Tür ja ich war verwirrt man hat's oh das ist Licht hey Licht Licht ja von mir aus ciao und Koffer ja wieder keine Hilfe was haben wir hier aha ja logisch hey wir haben was bekommen geil die andere Kiste hat das hat das auch geil geil alter so muss es laufen alter ich bin so gut ich weiß nur nicht was ich hier bekomme das sieht aus als ob es hier rennen muss ne ok haben wir aber noch so eine Lochscheibe ja natürlich Hallöchen natürlich logisch schon wieder ein Zettel ich habe die Kinder gesagt, um sie ihre Sachen zu packen Clementine will nicht mit mir sprechen aber es ist nicht sicher für sie hier es ist nicht sicher für jeden von uns aha hier ist also irgendwas nicht geil das ist der zweite Punkt warte dann müssen wir den noch garantiert da reinstecken oder ja oder auch nicht ja oder auch nicht voll stinkig geil den zweiten Punkt sehr schön einem so stolz auf 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 mich nur auf mich sonst kein schluss auf mich machen wir denn sonst noch aus da haben wir noch ein paar Aussparungen geil geil da fehlt aber nur noch so ein einer fehlt noch wer ist der andere äh und was ist das warte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 kann das sein dass das jetzt mal ernsthaft kann das kann das sein die ganze Zeit hin und her gucken 1 2 3 3 4 ich teste das jetzt mal ich teste das jetzt mal das ist vielleicht 1 2 3 3 Alter noch ein Dildo im Badezimmer natürlich ich habe mit nichts anderem gerechnet geil das hat uns überhaupt nicht weiter geholfen außer dass wir uns schon mit Dildos was weiß ich was antun können aber naja wir haben ihn schön das ist jetzt aber nicht gerade was was ich erwartet habe hmm ja ne das hilft uns auch nicht weiter